Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmhaus-Steinbaus. Heute mal wieder, wie ihr das schon mal ahnen könnt, mit einem China-Eigenimport. Diese ganzen Tüten kamen in einem Polybag zusammengepresst, ein Originalkarton existiert nicht dazu. Aber anhand dieser Farbkombination können sich wahrscheinlich schon einige denken, wir schauen uns heute mal wieder ein Militärset an, wo ich zeige euch erstmal, um was es heute gehen wird. Und zwar habe ich heute den Gwanzhan Churchill Infantry Tank MK1 mitgebracht, die Set Nr. 100238. Insgesamt haben wir hier 1031 Teile und 4 Figürchen sind dabei. Es ist aus der World War II Tank Serie von Gwanzhan. Der Anfangsverdacht bei Gwanzhan ist ja immer, haben sie hier wieder ein Kobi-Set kopiert? Das habe ich natürlich vorher geprüft und nein, einen Churchill in dieser Art und Weise gab es noch nicht von Kobi. Das ist ein eigenständiges Gwanzhan-Design. Und das zweite, was bei Gwanzhan ja immer so eine Wundertüte ist, ist die Steinequalität. Wir hatten schon richtig gute Steinequalitäten und richtig grottige. Erst zuletzt hatten wir wieder bei dem Nissan Truck eine richtig, richtig schlechte Steinequalität. Wie es sich hier verhält, wir werden es zusammen rausfinden. Auf der Rückseite der Anleitung sehen wir noch einmal ein paar Detailaufnahmen. Und wir sehen die Maße und zwar ist das Set am Ende knapp 24 cm lang, knapp 13 cm breit und ca. 10,5 cm hoch. Die Anleitung ist aus hochwertigem Papier und Klammer gebunden. Sie ist auch wirklich gut angekommen, obwohl sie sehr wild in dem Päckchen zusammengepresst war. Hat sie aber in dem Fall auf jeden Fall den Weg aus China gut überstanden. Das Design von Gwanzhan gefällt mir ja wirklich mehr und mehr mit diesem Camouflage-Hintergrund. Hier sehen wir auch, es hätte eigentlich einzelne Boxen mit Bauschnittsunterteilung gegeben. Die schönen Boxen können wir uns jetzt leider nicht anschauen, dadurch, dass es ein Eigenimport ist. Wie wir das gewohnt sind, wird komplett ausgegraut. Was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt und nochmal mit Pfeilen symbolisiert, wo das Ganze hin soll. Und insgesamt haben wir 106 Bauschritte auf 36 Seiten in der Anleitung. Hier haben wir nochmal eine Explosionszeichnung von den Figuren, die auch dabei sind und es gab keine Probleme im Zoll. Und nochmal ein Übersichtsbild, was hier alles an Ausrüstung dabei ist. Eine Teileliste habe ich hier leider nicht für euch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob dieses Set mir wieder zeigt, dass Gwanzhan es auf jeden Fall noch drauf hat. Oder ob dieses Set bestätigt, dass sie sich in letzter Zeit doch ein Stückchen verschlechtert haben. Wir finden es zusammen heraus. Dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und das erste Mal sehen wir uns wieder nach 45 Bauschritten. Ihr seht schon, es hat sich hier einiges getan. Wir haben schon den Großteil der Panzerwanne gebaut und auch die späteren Aufnahmen für die Laufrollen. Auch die Front hat schon ein bisschen Gestaltung abbekommen und auch ein Geschütz ist schon zu sehen. Im Innenraum haben wir auch schon ein paar Steuereinheiten und Sitze gebaut und hier hinten seht ihr das bisher einzige bedruckte Teil, was wir verbaut haben. Sticker sind nicht dabei, hier sind noch einige andere Prints. Aber das ist auf jeden Fall schon mal das erste mit ein paar Kontrollanzeigen. Der Bausch ist bis hierhin wirklich sehr, sehr stabil und massiv. Das liegt vor allem auch an der Klemmkraft von Guan Can, denn die ist hier sehr hoch. Mir fasst einen Tick zu hoch, aber es lässt sich trotzdem noch gut verbauen. Hier passen auch dieses Mal die Fliesen viel, viel besser und das sieht schon so viel besser aus als der Nissan Truck. Wir haben aber leider einige Farbabweichungen in dem Beigeton. Das sieht man, wenn man hier mal so langsam drüber schaut, dass hier doch immer mal der ein oder andere Stein aufblitzt, der eine etwas andere Farbe hat. Die Fliesen- und Steinequalität vom Aussehen ist wirklich in Ordnung. Es geht natürlich besser. Aber sie sind noch recht glänzend, trotzdem haben sie schon so ein bisschen den Look, als wären sie etwas abgegriffen. Das ist nicht so extrem, aber hier kann man im Aussehen nicht von der Top-Steinequalität sprechen. Trotzdem, wie gesagt, auf jeden Fall in Ordnung. Zu einem Panzer passt ja auch manchmal dieser Look von ein bisschen gebrauchten Steinchen, was natürlich keine Ausrede sein kann. Was noch ganz interessant ist, ist der Motor, den wir hinten eingebaut haben. Der Churchill wurde ja von einem 12-Zylinder-Otto-Motor angetrieben und der hat ihn immerhin bis auf 20 kmh in der Spitze gebracht. Und diesen Motor bauen wir hier auch nach und das Ganze auch sehr detailreich. Man sieht natürlich, hier ist alles mit Formteilen gebaut worden, aber mir gefällt auf jeden Fall die Silberfarbe. Und ich finde, das ist ein schöner Kompromiss, sodass man hier viel mit Systemstein baut und eben dann solche Details mit Formteilen löst. Finde ich sehr gut gelungen, den Motor. Der ist hier auf vier Jumperplates befestigt und dann kann man den einfach wieder reinstecken. Die Teile des Motors waren allesamt noch in dem Angussträger. Ich finde es immer schöner, wenn sie schon rausgelöst sind, aber hier waren noch sehr filigrane Teile dabei, die vielleicht Schaden genommen hätten, wenn man sie aus dem Träger rausgemacht hätte. Deshalb finde ich es in dem Fall okay. Und die Einzelteile lassen sich auch richtig gut verbauen, dieses Mal. Das ist ebenfalls nicht wie beim Nissan Truck, wo ja dieses Motorrad auch aus solchen Teilen aus dem Angussträger bestand, was Formteile waren, die dann kaum zusammengepasst haben. Da gab es hier überhaupt keine Probleme, die haben sich super verbauen lassen. Also bisher hat mir das Ganze auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Baue schon mal weiter und wir sehen uns nach dem nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns wieder nach dem zweiten Bauabschnitt. Der Churchill steht fast in seiner vollen Pracht da. Ihr seht aber schon auf den ersten Blick, die Farbabweichungen bei den Fliesen sind doch auf jeden Fall ein Tick zu stark. Wir haben hier mehrere verschiedene Töne und das stört mich besonders in dieser Ansicht schon sehr. Ansonsten haben wir hier noch zwei Prints. Qualität davon ist richtig gut. Genauso wie wir auch an den Seiten noch mal jeweils zwei Prints haben mit einer ebenfalls tollen Qualität. Wir haben auf jeden Fall die Verkleidungen jetzt gebaut. Der Schlauch ist so ein Gummischlauch als schönes Deko-Element. Das sieht bis auf die Farbabweichungen wirklich schön aus. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Und wir haben hier hinten noch mal schöne Deko drauf gebaut. Ein paar Beile, Spitzhacken, einen Hammer, Grabenschaufeln, alles was das Herz begehrt. Ich finde diesen braunen Metallikton hier sehr cool und das Ganze macht schon wirklich was her. Der ein oder andere wird jetzt traurig sein, dass man das schön gestaltete Innere vom Panzer nicht mehr sehen kann. Aber da kann ich euch beruhigen, denn wir können einmal hier vorn die Verkleidung abnehmen. Die wird nur von zwei Noppen gehalten. Dann können wir hier ins Innere schauen. Ihr kennt ja das Innere schon. Und meiner Meinung nach noch viel wichtiger der schöne Motor, den wir gebaut haben. Und dann können wir auch hier hinten ziehen und dann hat man auch diese Abdeckung weg, die auch nur auf zwei Noppen gehalten wird und kann sich den schönen Motor nochmal anschauen. Und es genauso wieder verkleiden. Es fehlen nur noch die Ketten und der Geschützturm, damit es dann zur Panzerhochzeit und zur Fertigstellung kommt. Ich hoffe natürlich, dass der Spaßfaktor weiterhin so hoch bleibt. Und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Churchill wieder. Und der dritte Bauabschnitt geht super super schnell vorbei. Wir verknüpfen zwar die Ketten, aber das hält sich mit 124 einzelnen Gliedern nochmal in Grenzen. Sonst bauen wir ja wirklich noch den Geschützturm. Und das ist eine Sache von 10 Minuten maximal. Die Farbabweichungen sehen wir jetzt nicht mehr so extrem. Das ist aber natürlich keine Ausrede dafür, dass es sie eben trotzdem gibt. An Funktionen ist nicht viel dazugekommen, außer das, was ich euch ja schon gezeigt habe. Man kann auf jeden Fall noch den Geschützturm um 360 Grad schwenken. Das funktioniert richtig, richtig gut. Der eckt auch nirgends wo an. Also das ist sehr schön. Dann kann man noch das Geschützrohr nach oben und unten in einem bestimmten Mausmaß justieren. Genauso wie dieses kleine MG-Geschütz, was noch daneben ist. Dann kennt ihr alle diese Luke. Die könnte man noch öffnen. Innen sieht man aber nichts. Und wir haben die Ketten, die sich richtig, richtig gut drehen. Auf dem Tisch laufen sie zwar nicht perfekt mit. Und obwohl sie selbst dort ein Stück mitlaufen, auf einer griffigeren Oberfläche, wie einem Teppich oder auch sogar einem Laminat, läuft der auf jeden Fall sehr gut mit. Aber das Wichtigste bei so einem Set ist, denke ich, sowieso für euch das Aussehen. Und da muss ich sagen, hat Guan Can wirklich einen schönen und sehr detailreichen Churchill-Panzer konstruiert. Und hier sieht man, dass Guan Can es eben auch kann, wenn man nicht von Kobi kopiert, sondern so eine Eigenkreation ist auch was sehr Feines. Und hier hat Guan Can einen sehr, sehr schönen Churchill gebaut. Als Ersatzteile haben wir noch zwei Hände, naja, und viele Kettenglieder. Das finde ich schön, denn ein Kettenglied war hier auch kaputt. Das hat man aber locker ersetzen können. Und wir haben immer noch genug Kettenglieder. Und dann haben wir noch die Figuren. Einmal diese drei Kollegen hier. Die sehen für ein Diorama gut aus, sind vorn auf der Brust und auf dem Rücken bedruckt. Aber die Figurenqualität ist jetzt nicht so gut. Dass man damit zum Beispiel einen Stop-Motion-Film aufnehmen könnte, da würde man sich sehr ärgern, um die in Position zu bringen. Also diese Figuren eignen sich wirklich nur für Deko-Zwecke. Wir haben einmal die drei, die ich euch gezeigt habe, und dann nochmal so einen General mit Umhang. Das ist so ein Filzumhang, gefällt mir schon ganz gut. Aber leider, wie gesagt, nur optisch. Weil mal sind die Arme richtig, richtig fest und man muss sich quälen, um sie zu bewegen. Mal fällt das Schultergelenk immer wieder raus. Die sind nichts wirklich für Stop-Motion-Filme oder Spielzwecke in Anführungszeichen. Also zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, für jemanden, der für ein Diorama einen Churchill braucht in dieser Größenordnung, ist das ein richtig gutes Set. Für das man um die 30 Euro bezahlt. Und dann hat man hier keinen schlechten Kauf gemacht. Man hat hin und wieder Farbabweichungen in den Teilen, aber sonst eine gute Steinequalität. Aber hier gibt es für Quan Can auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben. Auch was gerade Angusspunkte und ähnliches angeht. Es ist aber nicht so extrem, dass man jetzt mit diesem Set keinen Spaß mehr haben könnte. An eine Kurvi-Qualität kommt es aber dennoch nicht dran. Wir haben auch noch einiges an Zubehör, ein paar Waffen und ein paar Werkzeuge. Das sind so diese Zubehörbögen, die jeder, der öfter mal solche Panzer kauft, sowieso hat. Alles was ihr hier seht sind Prints. Es sind nicht die aufwendigsten Prints, aber dafür sehen sie gut aus. Und das ist doch die Hauptsache. Es ist eine eigene Konstruktion, eher schön gestaltet. Hier kann man nicht viel falsch machen. Dementsprechend gibt es von mir auch auf jeden Fall hierfür eine Kaufempfehlung. Wenn ihr das Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung und eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. Euer Valleybrick.